Der Beginn des Angriffskrieges Putins auf die Ukraine hat alles verändert. Das macht es notwendig, dass wir beim österreichischen Bundesheer eine Trendwende einleiten. Wir haben es geschafft. Wir geben mehr Geld für Waffen aus und deswegen fühlen wir uns alle sicher. Und das muss ich mir von diesen alten Menschen erklären lassen. Ja, aber das nach einer Pandemie, wo alle ganz, ganz stark darauf hingewiesen worden sind, dass wir einschränkende Maßnahmen für alle Österreicher brauchen, weil wir es uns nicht leisten können, genug Geld in unser gesundes System hineinzubringen. Viel zu teuer, gell? Na, viel zu teuer. Weil zu viele unter uns sich unsolidarisch gezeigt haben.